Und herzlich willkommen zur nächsten Folge! Ja, wir sind jetzt immer noch am Rucksack gepacken und wollen uns dann aber auch, wie gesagt, dann irgendwann mal verabschieden hiervon. Die wirks joint the game. Okay. Weiß ich auch nicht, was da los ist. Sooo, noch ein paar Dinge ein. Warte mal, die ganzen Essenzen, die können wir doch mal automatisch. Ist mir nicht gerade aufgefallen, beziehungsweise hab ich mal so gerade überlegt, die können doch eigentlich alle hier rein, da. Beziehungsweise die Magic Essenzen und sowas. Hier die Windgranates, Bottles, hab ich die, wo hab ich die denn? Dann tue ich erstmal, hab ich die irgendwo anders? Hab ich die da mit reingepackt? Oh, warte mal, nicht, dass wir jetzt die Slot-Verschwendung machen. Hier kommt jetzt noch vielleicht das hier rein, Amboss kann auch hier unten rein. Und jetzt, was nochmal unnötiger ist, beziehungsweise was so, sowas ist hier, das kommt erstmal da rein. Hier haben wir noch das. Was haben wir denn hier unten noch drin? Oh, jau. Wo wären wir denn, wenn wir das hier wegschritten? Mh, die Bären kommen erstmal noch hier rein. Legia bow, geil. Das ist das. Mh, Schild kann zur Not erstmal hier bleiben. Was hab ich denn noch an Rüstung? Oh, die ist fast auch empty. Claim müssen wir mitnehmen. Dies kommt hier rein. Ne, das DB hier nicht. Zweiter Amboss, Legia bow, den tue ich mal voll sein Inventar, weil das kommt nämlich auch da rein. Das packe ich mir mal eben so rein. Zweites Blatt davon, elf davon. Der Electric Stuff kommt hier nicht rein. Äh, dut, 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 dut. Den Stuff tue ich mir hier rein. So, Knochen. Und wo hab ich das hier reingepackt? Genau. Das kommt jetzt erstmal hier rein. Boah, Villager. Geh mir! Och, sind weg! Mensch, sch... Mann! Mach dich kaputt, oh! Du. Hm, was kann ich denn noch mit... Oh, warte mal. Geh doch jetzt weg! Mann, willst du mich nerven? Clay, das, das, das. Geh mir doch aus dem Weg. Hier, paar Bäume nehme ich mit. Mal vorsichtshalber. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Pistonsnormale nehme ich mit. Die Öfen brauche ich nicht mitnehmen, da kann ich mir hinten Cobblestone irgendwie irgendwas wegholen. Oder ich nehme mal ein bisschen Cobblestone noch mit. Die können wir mal austauschen. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Warte mal, Fire Protection 1 ist, glaube ich, ein bisschen besser. Lass mal die hier einfach drinne hier. So, was habe ich denn jetzt noch alles am Müll drin? Warte mal, erstmal aussortieren. Dies, dies, dies. Dies, dies. Da kommt nix von rein, da kommt nix rein, das Rest kommt hier nur noch da rein. Jetzt räumen wir mal in paar Kisten hier auseinander. Dann kriegen wir nämlich alles weg hier, beziehungsweise kann ich schneller durchgucken, was ich noch mitnehmen muss. Ich glaube, Soulcent nehme ich noch mit. Weil ich weiß nämlich nicht, ob ich in die Hölle reingehe, aus dem Grund, ähm, von wegen, dass mir einer nicht durchs Portal folgen kann. Und das dann auch gesichert wird. So, hier ist kein Platz mehr. Kommt der Rest hier rein, der kann auch schon mal weg. Da ist auch nicht mehr viel drinne. Plack. So. Was nehme ich hier mit? Das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Das, 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 das. Nicht. Das, 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 das. Zur Not noch ein Schwert für auch unterwegs. Lassen wir mal was mit. Und das noch. Einsortieren. Unnötiger Quatsch. Ist keiner davon dabei. Nein, nein. Da, genau. Das muss hier noch rein. Blub, 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 blub. Nein, Clay. Hier kommt jetzt nur noch das rein. Und der Rest kommt hier rein. Baumaterial, ein bisschen anderer Quatsch. Tu mal einen Bogen hier. Warte mal, wisst ihr mal was? Wir können hier ein paar Bögen zusammenqueffen und ein, zwei Paar mitnehmen, damit wir schon mal ein paar Dispenser machen können. Eins, zwei, drei. Haben wir noch irgendwo einen Bogen drin gehabt? Hoffentlich lässt er sich zusammenqueften. Nein, leider nicht. Leider schade nicht. Dann bleibst du hier, Bogen. Aber einen nehme ich mit den Goldbogen, nehme ich vor. Wie viel ist da unten auch drin? Unten ist auch nicht mehr viel drin. So, weiter aussortieren. Was habe ich noch an? Ich bräuchte einen neuen Helm oder eine neue Hose. Habe ich alles gerade hier nicht. Habe ich da noch was drin? Nein, leider nicht. Aber neuen Helm. Protection. Was hast du gehabt? Protection. Nein. Wir nehmen den hier. Zack. So. Chests nehmen wir mit. Wir nehmen eine Eisentische mit. Wir nehmen hier die Sticks mit. Wir nehmen Soulset. Wir nehmen Neverwag. Cobblestone. Tantleder. Wir packen jetzt alles noch voll. Die Armourstens vorsichtshalber. Hier vielleicht doch noch die Deer Chestplate. Hier Pfeile. Das kann er mit. Ein paar Schaufel kann er mit. Die Spinnaugen. Augwood Zepplinge. Jetzt wird es immer weniger hier drin. Wir kriegen doch vielleicht alles mit. Warte mal, hier war doch noch eine Schere. Die habe ich mir doch gecraftet. Dies kommt hier rein. Das kann noch hier rein. Das kann noch da rein. So was hier. Das kann hier rein. Und der Rest kommt erstmal noch hier in das letzte Feld. Oh, was haben wir noch? Es wird immer weniger. Wir können glaube ich immer noch ein paar Kisten zusammenschmeißen, oder? Ah, es sieht so aus, dass hier gleich alles reinpasst. Holz nehmen wir mit. Dann kommt nämlich hier... Na, das kann ich mir später machen. Hier Setzlinge. Dies. Dies. Einmal bitte sortieren. Wolle für ein Bett. Vollzeit ein paar Stone-Dinger. Kiste. Komm, wir können auch schon eine Werkpensch mitnehmen. Ist eigentlich auch relativ egal. Aber das hintere Feld auf jeden Fall schon mal voll. Die nicht hier rein, aber das. Hier kommt die Outstep-Slinge rein. Dies. Wer hat die denn reingepackt? Die will ich gar nicht. Ja, CDs. Komm, wir nehmen sie mit. Wir haben sie gefunden. Dann können wir sie auch mitnehmen. Das... Äh... Ja, was brauchen wir denn noch? Eigentlich ist gar nichts mehr. Den Rest können wir eigentlich dann in unserem Versteck ein tun. Was wir jetzt nicht auch gleich suchen müssen. Und die Uhr, die ist fast schon wieder um. Den Legia-Bogen wollte ich hier reinpacken. So, welchen habe ich gerade? Achso, ich habe den Backpack. Alles klar. Achso, ich muss mir noch Nahrung irgendwie nehmen. Ist der hier drin gewesen? Ne, hier ist Monster. In irgendeinen von den kleinen braunen. Nein. Da ist Nahrung. Was nehmen wir denn eben das Fleisch hier raus? Ach, Brot habe ich da oben drin. Alles klar. Brot habe ich da oben. Alles klar. Dann lassen wir das mal so. Jetzt nehme ich... Den tue ich hier hin. Der kann weg. Ne, stimmt gar nicht. Der kann gar nicht weg. Ich brauche ja... Den... ...Kircher Vollsalver. Riftblade hätte ich noch. Im Angebot. Aber ich glaube, das will ich gar nicht haben. Legia-Bow. Wo wir nehmen Essinggold. Bei denen uns ins Inventar. Spitzhacker Axt. Hier kommt auch ein Inventar. Hier ist Nahrung drin. Hier ist der Vollsalver der Electricster, falls ich den benutze. Und den hier. So, machen wir das mal so. Jetzt würde ich sagen... Gehen wir mal hier weiter... Oh, warte mal. Wir können auch die Öfen mitnehmen, oder? Komm, wir nehmen die Öfen auch noch mit. Haha, seid ihr Wildscher da reingegangen. Seid ihr blöd. Jetzt nehme ich die Öfen auch noch mit. Komm, die tun wir jetzt einfach so ins Inventar. Und fertig. Oh, es sind aber nur noch ein paar Leute da. Jetzt gehen wir schön weiter dahin. Den könnte ich eigentlich mitnehmen. Mal so ein paar Strecken überfliegen hier. Oh, leck. So, erstmal so ein paar Stinger überfliegen. Ein bisschen Chunklauten laden lassen. Ich gehe auf jeden Fall richtig, ne? Ja. Ich gehe auf jeden Fall richtig. Ich suche so ein schönes Gebiet hier mit Dschungel oder sowas. Klack. Oh, leck, 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 leck. Oh, wer ist denn gekommen? Hä? Mit Klee noch keine Zuweisung? Ah, das kann natürlich sein. Das weiß ich nicht. Ach, egal. Will ich hoffen, dass er das weiß. Ich muss doch noch Bescheid sagen. Au. La, la, la. Spinne. Warte mal, kann ich denn eigentlich meinen Namen? Ne. Ich glaube, den habe ich ausgeschaltet. Leck, 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 leck. So. Pferdchen? Ne, ne, ne. Pferdchen brauche ich nicht. Ich brauche ein paar Schokobos. Oh, warte mal. Ist da ein Dorf? Wenn da irgendwie ein Dorf ist... Ja. Da können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht ist das ein Schmied oder so. Ich darf eigentlich nur Berge hochfliegen oder wirklich ein paar lange Strecken. Weil der Electric Stuff ist. Und wer rettet ihn? Haha. Ist natürlich geil. Das ist natürlich geil. Und da ist der zweite gestorben. Das ist natürlich... Ja, ich bin nicht schadenfroh. Aber ich finde es eigentlich lustig, weil das noch nicht aus unserer Stadt passiert ist. Und... Ah. Der Server war gerade am lecken. Klee left the game. Alles klar. Hier ist noch ein bisschen Weizen. Warte mal, wisst du was. Wir nehmen das nur aus Zwolling mit. Wir nehmen das nur aus Zwolling mit. Damit, falls einer hier ist, keine Nahrung hat. Oh, ist ja nicht gesagt, dass ich hier wieder einpflanzen muss. Das war ja nicht der Sinn. Hier ist kein Villager drin. Okay. Scheinen auch die meisten Villager da unten zu sein. Da ist noch einer. Hier ist aber noch ein Feld. Das würde ich doch so gerne mitnehmen. Wo habe ich den Coin of Future drinne? Da ist er. Bei? Wir können direkt alles einsammeln. Einmal hüpfen. Alles im Inventar. Lalalalalala. Seht ihr, dass da sofort zu viel Mist im Inventar wird. Wet... Wet Wood Sitzlinge. So, alles Weizen mitnehmen hier. Kartoffeln noch für zu Hause. Das Wetzeln lassen wir jetzt mal eine Wand drin. Wir nehmen jetzt nur die Nahrung rein mit. Alles, was wir an Nahrung haben, haben wir für schlechte Zeiten sozusagen. Da ist noch was für schlechte Zeiten. Auch wenn wir das noch alles einbrennen müssen, dann geht das aber eigentlich relativ fix. Oh, ich glaube, da müssen die Jungs sich erstmal gucken, wo sie aus welcher Stadt sich retten lassen. Beziehungsweise die Roten aus der Roten, Gelben aus der Gelben. Und die Grünen aus der Grünen, Blau aus Blau. Weil wenn jemand anders den Grabstein klaut und bei sich in die... Zum Beispiel wer jetzt Rot stirbt und ein Blauer findet seinen Grabstein. Was jetzt eigentlich relativ noch nicht machbar ist. Dann... Gibt's eine Upload-Sperre. Sonst gibt's keine. Ach ja, ich will ja nicht angeben, aber das ist nun mal so. Da kann ich nichts machen. Bin halt ein bisschen schnell gewesen. Boah, was ist hier drin? Moment... Stone, Paper... Auch nichts besonderes, ne? Ach, die Form wollte ich mitnehmen. Ja, jetzt ist auch egal. Das wundert mich aber, dass kein Schmied hier ist. Ein paar Bücherregale, das ist klar, aber da habe ich glaube ich genug von. Obwohl man kann nie genug haben. Man kann nie genug haben. Ich sitze rein. Dann nur plündern wir mir eben die Dinger hier weg. Weil dann brauche ich nämlich auch keine Kühe schlachten. Da habe ich nämlich direkt ein paar von den Wunderlingen hier. Ach komm, da warte ich einfach erstmal rein. Äh, ja, die Blumen... Schmeiß mal einer die Blumen hier hin. So, wieder hingesetzt. Die Setzlinge nehme ich mal vorsichtig damit. Was ist da oben? Das ist auch nur ein normales Ding. Nein? Das scheint auch nur ein Haus zu sein mit nichts besonderem, oder? Oh, warte doch, halt stopp, hier sind Bücherregale. Lalalala, Bücherregale und ich muss hier nicht einsammeln. So, dann kann das mal weg hier. Wir gehen direkt weiter. Aber durch das komische Ödland davon... Oh, Diamanten. Diamanten und Kohle. Hole, Kohle. Alter, wie viel. Können wir das Witz dann hier vorne auch noch mitnehmen? Lalalalalala... Todescherbe left the game. Oh, Folge beendet. Oh, Apropos Folge. Sollten wir auch mal tun. Dann gibt's halt leider heute nur eine Folge, weil davor gab's ja zwei Folgen. Ich wechsle das mal ab. Eins, zwei, je nachdem wie ich die Parts aufnehme. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Flash.TV und tschüss. Tschüss.